Hallöchen und willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Letztes Mal haben wir versucht, diese Karte hier zu reparieren und ich habe einfach nichts gefunden, womit das gehen könnte. Allerdings habe ich mir danach nochmal die Folge angesehen und da habe ich entdeckt, was ich übersehen habe. Hier saß vorher der Krämer, hier unser Zaubermeister Markus, und das Klebeband hier konnten wir nicht sehen. Und ich habe es dann letztes Mal auch übersehen. Aber jetzt holen wir es uns. Ach, ich blindes Huhn. Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Es klebt. Und genau deswegen werden wir es uns schnappen und damit unsere Karte reparieren. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Es funktioniert. Ja, und da wir jetzt eine super tolle Karte haben, gehen wir auch direkt zu dieser unsympathischen Stadtwache und zeigen ihm mal, wer der beste Kartenspieler ist. Kann ja nicht angehen, dass dieses Wichtchen da oben sich ständig über uns lustig macht. Ha, 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 du bist kein Magier. Von wegen, dir werde ich es zeigen. Es besiegen wir dich. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ich habe ja eine Spielkarte gefunden. Wie ist die so? Ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, das, äh, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Ähm, nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber... Ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Irgendwie glaube ich nicht. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Hahaha. Ja, lach du nur. Aber ich fand wirklich, das klang eben wie eine Lüge. Ich habe ja früher mal ein bisschen Magic gespielt und ich habe eigentlich noch nie gehört, dass eine Karte... Dass eine Karte nicht benutzt werden darf, wenn sie repariert wurde. Solange sie nicht irgendwie aus Einzelteilen zusammengefriemelt wurde, sondern sie doch gut erkennbar ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich hatte nie eine zerrissene Karte oder sowas. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich sowas mal gehört hätte. Wir fragen jetzt einfach mal unseren Magier-Meister Markus. Denn der hat ja früher mal gespielt, wie das so ist. Oder ob er zum Beispiel zufällig... Haha. Knoten in der Zunge. Das ist so schön. Ob er zufällig mit seiner Magie, falls man tatsächlich so nicht mit ihr spielen darf, die Karte denn reparieren könnte. Meister Markus? Ja? Die Stadtwache will meine Superkarte nicht akzeptieren. Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte durfte ich nicht spielen. So? Sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Ha! Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht... Man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und dass kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Ein hinterhältiger. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. Gemeiner, fieser. Wir gehen jetzt wieder... Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Wir gehen jetzt wieder und zeigen sie den gemeinen, kleinen, verlogenen Hampelmann. Klar, mit der darfst du nicht spielen, denn er weiß ganz genau, dass wir jetzt bestimmt gewinnen werden. Ein kleinkarierter, gemeiner, so ein schlechter Gewinner. Und vermutlich ein noch schlechterer Verlierer. So wie er sonst immer so klingt. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur. Was willst du? Du musst dir unter die Nase reiben, dass ich weiß, dass du gelogen hast. Ich habe mich erkundigt, was die Regeln zu kaputten Karten sagen. Die Spielregeln sagen zu kaputten Karten etwas ganz anderes als sie, Herr Schildträger. Ja. Das, äh... Kann nicht sein. Wohl kann das. Oh, doch. Ich fordere sie heraus und ich werde die Karte benutzen. Aber, also, auch das wird dir nichts nützen. Ich bin der Champion. Garantiert nicht. Haha. Ha. Ha. Edge, wir haben dich besiegt, so wie du guckst. Das, das ist unmöglich. Oh. Das war ein Sieg, würde ich sagen. Aber ich bin der ungeschlagene Champion. Mi, 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 mi. Der einmal geschlagene Champion. Dürfte ich nun das Sandwich haben? Das ist unfair. Du hast geschummelt. Habe ich nicht? Ich will eine Revanche. Nein. Wusste ich es doch. So ein schlechter Verlierer, ehrlich. Abgemacht war, dass ich das Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Oder eine Revanche. Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Oder aber, ich habe fair gewonnen und das werde ich auch jedem so erzählen. Fragen wir ihn erstmal, vielleicht können wir ja noch irgendwas rausschlagen, wenn wir ihn nochmal besiegen. Und ich bin sicher, das würden wir können. Was bieten Sie denn als Preis, wenn ich wieder gewinne? Darf ich dann hoch in den Turm? Nein, das geht nicht. Irgendwas anderes. Was willst du denn? Hm. Ein Zauberstab? Äh, sowas habe ich nicht. Weltfrieden? Das steht nicht in meiner Macht. Ich glaube, dann will ich doch einfach nur das Sandwich. Denn abgemacht war, dass ich das Sandwich auch bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Wir hatten abgemacht, dass ich ihr Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Und ich habe gewonnen. Aber ich gebe es dir nicht. Ich will eine Revanche. Nein. Das ist wirklich ein schlechter Verlierer. Der erinnert mich so an diese Spieler, in MMOs zum Beispiel, die eigentlich nichts können und sich komplett auf ihr hochgepushtes Equipment verlassen. Und sobald sie das nicht mehr haben, stehen sie da und können gar nichts mehr. Das... Und dann immer so tun, als wären sie die größten Spieler. Aber wenn nur die Karten dafür sorgen, dass er gewinnt, dann ist das einfach nicht... Dann ist er einfach kein Champion. Und es ist schwer vorzustellen, dass er ein guter Spieler ist, wenn wir nur eine wirklich gute Karte haben und wegen der gewinnen. Das heißt, eigentlich muss unser lieber Herr Schildträger, unser ach so ungeschlagener Champion, ein verdammt schlechter Spieler sein. Ich habe fair gewonnen und das werde ich auch jedem so erzählen. Ich habe fair gewonnen und das werde ich auch jedem so erzählen. Ja. Das geht doch nicht. Natürlich. Ich bin der Champion. Ich... Mich kann niemand besiegen. Außer mir scheinbar. Wie wäre es damit? Sie geben mir das Sandwich und ich vergesse, dass ich sie geschlagen habe. Und... Und ich will meine Karten zurück. Alle Karten. Auch deine. Nein. Wir haben nie gespielt. Nö. Und dafür bekomme ich das Sandwich? Nein. So ist es. Und wir sprechen nie wieder über diese Angelegenheit. Na schön. Ich würde ihm die Karte nicht geben. Ehrlich nicht. Diese aufgeblasene, kleine, unfaire... Ich würde ihm... Nein, ich würde ihm... Ich hätte ihm die Karte wirklich nicht gegeben. Aber gut. Immerhin haben wir, was wir wollten. Tja. Dann bringen wir mal der Ratte das Sandwich. Herr König? Hallo. Kann ich dir helfen? Natürlich. Ich habe ein Riesen-Sandwich für euch. Schau mal, Herr König. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur. Aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Hä? Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber... Aber so lang ist es doch. Oder... Ah, natürlich. Wir sind geschrumpft. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Herr König. Bis bald, Herr König. Tschüssi. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ja. Tu ich auch gleich wieder. Natürlich. Wenn wir schrumpfen, schrumpft ja alles an uns. Wenn unsere Klamotten mitschrumpfen, warum sollte dann nicht auch unser Sandwich schrumpfen? Können wir das vielleicht einfach ihm so... Ah, ja. Schiebe das Riesen-Sandwich in die Kanalisation. Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! Jetzt gehen wir aber nochmal rein und reden mit ihm. Wow. Wilbur! Kommt das Ding von dir? Natürlich! Allerdings! Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Ups. Das... Das tut mir leid. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen. Und endlich dieses Loch verlassen. Das freut mich. Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen. Ah, wie lieb. Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke. Gerne doch. Das werde ich. Dankeschön. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Danke. Danke. Viel Glück damit. Danke. Klasse, klasse. Hier. Das ist die Maske des Königs der Diebe. Der Händler will sie als Beweis meines Sieges. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden ihm beweisen, dass wir... Dass die Ratte kein Problem mehr darstellt. Dann versuchen wir auch mal, ob wir ihm die Maske so geben können. Gib dem Krämer die Maske des Königs der Diebe. Schauen Sie einmal, was ich hier habe. Die Maske des Königs der Diebe. Ja. Das ist... Das ist ja... Ich habe es doch immer gesagt. Wenn man will, dass etwas gemacht wird, dann muss man es selbst machen. Aber du... Ganz recht. Ja, egal. Kann ich mir nun etwas von Ihren Sachen aussuchen? Drei Stück umgenommen werden. Ja, ja. Abgemacht ist abgemacht. Du kannst dir zwei Dinge aussuchen. Drei. Zwei? Wir hatten drei abgemacht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Du bringst mir die Maske des Königs der Diebe und kannst dir dafür zwei Dinge aussuchen. Aber nichts von den teuren Sachen. Langsam mag ich die Stadt nicht mehr. Aber... Keine Widerrede. Du hast es dir verdient, mein Junge. Verlogener. Kann man tatsächlich nichts direkt nehmen, sonst müssen wir ihn ansprechen. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Meine drei Sachen. Ich möchte mir meine Belohnung aussuchen. Ich möchte meine Belohnung abholen. Ah. Dieser Böse. Ich bräuchte einen Zauberstab und ich hätte gerne den Ballen Magie gesirkten Stoff als Belohnung für die Maske. Eigentlich ja beides, aber zuerst mal unser Zauberstab. Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Vermutlich von Toten Magier geklaut. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ganz, ganz lang lang mag ich die Leute eher. Ich habe keine Zeit für Kinderkram. Hallo? Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn es denn sein muss. Komm her. Geht doch. Hier. Wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probiere diesen. Besteht aus 5,25 Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. War was anderes. Das kann jetzt lange dauern. Später. Ich habe genug. Mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie. Und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst vier Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Nein. Danke für Ihre Hilfe. Das finde ich jetzt nicht gut. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Vielleicht müssen wir doch das kleine Bäumchen vorne irgendwie fällen und daraus unseren eigenen Stab machen. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Den Stoff, bitte. Ich möchte meine Belohnung abholen. Ich bin nicht so unbegeistert. Ich habe sie mir verdient und habe mich so schon um ein Teil betrogen. Ach, Stoff her. Ich hätte gern einen Ballen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Episch. Hm, naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Ja, na gut, hier. Danke. Ich komme nochmal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich könnte, würde ich dir noch zwei weitere Sachen abknüpfen. Einfach nur, weil so die Abmachung war. Aber gut. Kannen wir damit schon was machen, obwohl wir noch kein Schnittmuster haben? Nein, können wir nicht. Aber vielleicht, ich bin sicher, unser Magiermeister hat das richtige Schnittmuster für uns. Muss es ja irgendwo geben. Meister Markus? Ja? Keiner der Zauberstäbe des Krämers hat funktioniert. Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Hm. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder... In dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja. Nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Der Robe? Was brauche ich nochmal, um mir eine Robe zu schneidern? Du brauchst einen Ballen magiegewirkten Stoff, eine magische Nadel mit Faden und du hast irgendetwas von einem Schnittmuster erzählt. Ja, das Schnittmuster. Richtig. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Ich brauche noch ein Schnittmuster. Wir hätten hier theoretisch ein Tintenfässchen und eine Zauber... äh, eine Taubenfeder. Können wir hier vielleicht irgendwo was finden? Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Dann versuchen wir mal an ein Schnittmuster zu kommen. Vielleicht hat ja unser unwilliger Krämer ein Schnittmuster. Ich glaube es allerdings nicht. Ich versuche ihn trotzdem. Ich habe nichts mit ihm zu bereden. Dann schauen wir mal zu unserer Ratte. Vielleicht weiß er, wo wir ein Schnittmuster herbekommen. Ansonsten gehen wir zum Schausteller. Der hat sehr wahrscheinlich eins. Könnte ich mir denken. Hoffentlich. Herr König, kann ich dir helfen? Schnittmuster? Vielleicht könnten sie etwas für mich besorgen. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ein Schnittmuster. Oh, wir könnten aber auch nach einem Zauberstab fragen. Ich bräuchte einen Zauberstab, bitte. Einen Zauberstab haben sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Bitte? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Danke. Großartig, danke. Und ich bräuchte ein Schnittmuster für eine Magierrobe. Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Hm, ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Genomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Danke. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Noch mal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Super, super. Ich nehme an. Wir werden unser Schnittmuster bekommen. Gehen einfach mal hier nach oben. Denn letztes Mal mussten wir einmal den Bildschirm verlassen, bevor sich wieder was getan hat. Und da hängt schon unsere Fahne. Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Schauen wir mal. Mal sehen. Da ist ein Stück Papier drin. Ja, unser Schnittmuster. Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe. Die dürfte passen. Hm, naja. Am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Joa, vielleicht. Dann schauen wir mal. Wir müssen das schnitten. Dann wollen wir mal. Da. Ach, das reicht schon. Sehr schön, sehr schön. Tada. Ja. Und Opa sagt, Handarbeiten wäre nur was für Mädchen. Jetzt können wir noch mal ins Loch halten. Ist da noch was drin? Mal sehen. Da ist etwas. Es ist lang. Wirklich? Dünn. Wirklich? Ein Zauberstab. Oh mein Gott, wir haben Kumpel. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Nicht? Magie! Oh, dann gehen wir jetzt ganz schnell zum Magiermeister Markus. Denn juhu. Wir haben alles. Das Gold haben wir ihm ja schon gegeben. Jetzt stehen wir hier mit Stab und Robe. Er muss uns jetzt akzeptieren. Meister Markus? Wilbur! Was trägst du denn da? Eine Robe. Schick, oder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht ein kleiner Magier vor mir. Was kann ich für dich tun? Ich habe mir auch mal eine Robe genäht. Ja. Ich bin großer Harry Potter Fan und ich habe mir tatsächlich eine Hogwarts-Robe genäht. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ich habe aber, ja, ich habe einen Zauberstab gefunden. Sagen wir ihm das noch, das weiß er ja noch nicht. Ich, ich habe einen Zauberstab gefunden. Toll. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht einfach irgendeinen Stab nehmen. Man muss... Er glitzert und funkelt. Er hat rote Funken versprüht. Tatsächlich? Ja. Mhm. Das ist... Unerwartet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich bin jetzt Schüler. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Yay! Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Ich habe es doch schon abgegeben. Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der einzige und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus' magischer Magierschule. Wow. Und... Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Ich hätte es wissen müssen. Was sind die drei Prüfungen? Ich meine, wir sind schon so weit gekommen, die kriegen wir auch noch hin. Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen. Freuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Alles klar. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Kriegen wir her. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk. Und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Du magst Schafe, oder? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich hab dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. Gut, so. Um, was schauen wir denn? Wollen wir jetzt erst was über das Brauen von Tränken wissen? Oder über Artefakte? Oder über Zauber? Mich interessieren die Zauber gerade am meisten. Ich soll einen Zauber vorführen? Wie geht das? Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ja, das zählt nicht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen. Oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. Ähm... In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein. Nein. Ich... Ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Nein, nein, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wo soll ich denn ein magisches Artefakt herbekommen? Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magien sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? Das wird jetzt auch interessieren. Genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Das klingt fast, als müssten wir Balthasar sein Artefakt abnehmen. Was war das für ein Artefakt? Oder hinter dem Spiegel befindet sich also ein mächtiges magisches Artefakt? Ja, das hat er ja im Prinzip gerade gesagt. Also, was ist für ein Artefakt? Das würde mich interessieren. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Sterben? Klar, du musst sterben. Wusste ich doch. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Ich fürchte, fast jeder könnte mir weiterhelfen. Der Sumpf des Todes? Hm. Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Da gehen wir gleich hin. Aber erst haben wir noch eine Frage über die Tränke. Wir wollen ja lernen, wie man den Tod verkorkt. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Hehehe, hehehe. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Kein Problem. Ich bin guter Dinge. Ich lerne dann mal weiter. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Da wir jetzt in die Kochnische dürfen, schauen wir uns doch hier erst mal um. Ein Haufen Pötte, Töpfe, Schalen, Gläser, Fiolen, Kolben, Beutel und was weiß ich noch. Vermutlich alle mit irgendwelchen Trankzutaten gefüllt. Solange ich nicht weiß, was ich für meinen Trank brauche, fange ich gar nicht erst anzusuchen. Das heißt, wir brauchen erst das Rezept. Ich nehme an, es ist ein Bücherregal irgendwo zu finden in einem Buch über Tränke, denn das konnten wir ja vorher auch nicht genauer untersuchen, weil das nur Schüler dürfen. Und jetzt sind wir ein Schüler, also stürzen wir jetzt auf die Bücher. Rezeptbuch, Rezeptbuch, Theorie der magischen Verteidigung, Runenübersetzung für Fortgeschrittenen. Ah, hier, Zaubertränke und Zauberbräue. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Dann such mal ein schönes Aus. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Stärke kann nie schaden, denke ich. Hier stehen die Zutaten und die Schritt für Schritt Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Rote Schweißachsern, Geisterpilze, Hirschkäfer, Geweihpulver, Pfeffermünze, Schimmelschleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden und eine Kristallfiole. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Schauen wir mal, ob wir hier auf dem Tisch irgendwas finden. Er meinte ja eben, dass da allerlei Sachen stehen. Und wir dürfen alles hier verwenden. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Werden ums Suche nicht ganz herumkommen, aber... Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Ah, eine Fiole haben wir schon mal. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Klingt vernünftig. Was haben wir hier noch? Ein kleines Kästchen? Auf diesem Kästchen steht nichts. Sind sie asthmatisch? Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Super, super. Zwei und so. Oh Gott, sah das eklig aus. Nein, das Bücherregal nicht. Der Tontopf. Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Gut. Hm. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Schauen wir weiter. Das war die Presse, der Topf. Vielleicht ist hier noch was. Ein Steinmörser? Ein Steinmörser mit einem Stößel. Im Mörser können Zaubertrankzutaten zerkleinert werden. Da ist aber nicht zufällig noch was drin, oder? Ein Steinmörser? Nein. Okay. Vielleicht. Aber ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht wieder irgendwas. Na, der Schafskopf interessiert uns gerade nicht. Wir könnten den Kochtopf mal untersuchen. Einfach nur, vielleicht ist hier schon irgendwas drin. Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker, schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Jörg. Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor sich hin. Ich könnte mit dem Trankbrauen loslegen, wenn ich alle Zutaten hätte. Welche fehlen uns denn noch? Grote Schweißachseln, Geisterpilze, Hirschkäfer, Geweihpulver, Schimmelschleim-Extrakt und Knochenwürmer. Wir fragen einfach mal die nette Ratte beziehungsweise gucken uns in der Kanonisation um, denn da waren so eklige Viecher, ja? Oh, währenddessen. Zurück bei Mordroga mit den Tentakeln. Du hast mich rufen lassen, Mutter. Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Und? Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Ja, hat sie. Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Ja, und Stadtwache sei Dank ist er hängen geblieben. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Wegen der dummen Stadtwache. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ich hoffe, sie meint den Magier. Hm, ich glaube, ich habe da eine Idee. Oh Gott, wo kommt's? Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen. Aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefels. Ja, wie gesagt, wir gehen mal zur Ratte und fragen ihn, ob er uns helfen kann und schauen, ob diese komischen, ekligen Viecher da unten etwas von dem sind, was wir brauchen. Reden. Na, wobei, wir können sie gar nicht... Na gut, dann halt erst mit dem König der Liebe reden. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. Deswegen bin ich ehrlich gesagt hier. Vielleicht könnten sie noch mal etwas für mich besorgen? Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ganz viele Sachen. Ich muss einen Trank brauen und dazu fehlen mir noch Zutaten. Oder ich muss einen Zauber vorführen. Können sie mir dabei irgendwie helfen? Oder haben sie zufällig ein mächtiges magisches Artefakt hier herumliegen? Fragen wir mal das Letzte zuerst, denn es ist das Unwahrscheinlichste. Alles klang nämlich so, als dürfen wir gleich sterben und in den Spiegel gehen. Ich brauche ein mächtiges magisches Artefakt. Können sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers, natürlich. Natürlich. Ich muss einen Zauber vorführen. Können Sie mir dabei irgendwie helfen? Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Jetzt aber zu dem, wieso wir eigentlich hier sind, die Zutaten, die uns fehlen. Eine meiner Diplom-Prüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachen, Popel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Viel zu viel. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frage ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Danke. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Welche beiden Sachen denn jetzt? Das ist ja auch egal. Da wir jetzt hier mit ihm geredet haben und ich nicht glaube, dass der Krämer irgendwas für uns hat, das kann auch nicht, dass wir nochmal mit ihm reden wollen. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Ich möchte meine Belohnung abholen. Nicht so unbegeistert. Haben Sie ein mächtiges, magisches Artefakt im Angebot? Ein mächtiges, magisches Artefakt. Haben Sie so etwas auf Lager? Na sicher. Was soll es denn sein? Ein Jungbrunnen? Ein Schwert, das einen unbesiegbar macht? Oder vielleicht die Gans die goldene Eier legt? Haha. Oh, wir dürfen... Okay. Ich mag Tiere, also die Gans. Oder ich hätte gerne das Schwert. Oder der Jungbrunnen bitte. Nein, wir sind noch jung. Das Schwert. Nein, ich mag Tiere, also die Gans. Ich nehme die Gans. Oder haben Sie vielleicht auch ein Schaf, das goldene Eier legt? Meister Markus mag Schafe. Äppeln kann ich mich selbst. Ähm, ganz gewiss. Soll das heißen, Sie haben gar kein mächtiges, magisches Artefakt? Ja, Wilbur. Du bist nicht viel unter Leuten, oder? Kennen Sie sich mit Zaubersprüchen aus? Natürlich tut er doch nicht. Haben Sie etwas, das mir dabei helfen könnte? Sicher? Irgendwo muss ich noch eine Tüte Scharfsinn haben. Hehehe. Also nicht? Nein, ich verkaufe Sachen. Keine Talente. Also auch wenn ich die Dialoge toll finde, aber sympathisch sind viele der Charaktere ja bisher nicht. Aber was heißt viele? Eigentlich waren es ja nur die Stadtwache oben und jetzt der nette... den... also nette in Anführungszeichen Faun hier, der sich auch empfängt über uns lustig zu machen. Haben Sie Zutaten für Zaubertränke? Das wäre jetzt vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit. Ich suche einige Zutaten für einen Zaubertrank. Haben Sie so etwas? Nee, ich verkaufe nur fertige Tränke. Dieses ganze Krabbelgetier, die Eideressenzen und Giftpflanzen sind nichts für mich. Schade. Ich komme nochmal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn es sein muss. Dem wäre es am liebsten, wenn wir gar nicht wiederkämen. Ist jetzt aber auch nicht wichtig. Wir gehen jetzt in den Sumpf, denn dort können wir garantiert irgendwas machen. Oder finden viel eher. Ich sehe ein Alligator-Skelett. Der Baum sieht ja auch heiß aus. Und hier ein Stein. So viel zu entdecken. Diese Musik. Okay, ist die Laterne. Seltsam. Warum brennt hier mitten im Sumpf eine Laterne? So weit weg von der Stadt? Laternen mitten in der Wildnis sind meistens kein gutes Zeichen. Egal, ob sie in einem verschneiten Wald oder in einem Sumpf stehen. Findest du? Ich finde, der Steinkopf ist beunruhigender. Ein ziemlich großer und ziemlich hässlicher Steinkopf. Er wurde nur grob behauen. Eine wirklich primitive Arbeit. Wie gesagt, ich finde den beunruhigender als die Laterne, nicht Lampe. Jetzt schauen wir uns hier mal ganz genau um. Warte, ist hier nichts. Dann der Baum als nächstes. Der Baum sieht auch nicht freundlich aus. Oh ja, wir können das Skelett untersuchen. Und wir laufen erst mal durch den Baum. Gut. Oh wow, das Schiff. Hammer. Ich frage mich, was das für ein Tier gewesen ist. Und noch viel wichtiger, gibt es diese Tiere hier noch immer? Ich würde davon ausgehen. Nimm einen Knochen. Mal sehen. Hm, ganz morsch. Aha, da sind Knochenwürmer am Werk. Sie höhlen Knochen aus wie Holzwürmer die Bäume. Das heißt doch jetzt... Damit habe ich die Würmer für meinen Trank. Perfekt. Es fehlt uns jetzt noch die roten Schweißachse. Das weiß ich noch. Die Hirschkäfergeweih... Das Hirschkäfergeweihpulver. Das bekommen wir von der Ratte. Geisterpilze und Schimmelschleim-Extrakt. Eigentlich haben wir ja schon. Wenn wir hier mal gucken. Na, so. Schimmeligen Schleim haben wir ja schon. Wir müssen nur noch ein Extrakt daraus bekommen. Wir können es nicht zufällig zusammenverwenden, oder? Schade. Zauberstab damit? Auch nicht. Na, jedenfalls haben wir Schimmeligen Schleim. Außer den Knochen ist hier nichts weiter. Da gehen wir gleich rein. Heilige Wieterschiff. Das sieht schon ein bisschen unheimlich aus. Oh, doch, da ist was. Da war was. Was war da? Ach, das ist nur das Schiff gewesen. Ich dachte, da wäre noch irgendwas dazwischen. Na, dann gucken wir das Schiff mal an. Ich frage mich, wie das hierher gekommen ist. Vielleicht bei einer Sturmflut? Vielleicht? Die Schnitzereien sehen unglaublich aufwendig aus. Irgendjemand wird sehr lange daran gearbeitet haben. Das ganze Schiff sieht aufwendig aus, als hätte sich jemand damit extrem viel Mühe gegeben. Aber genauer können wir es noch nicht untersuchen. Also gehen wir mal ins Innere des Schiffes und schauen, wem wir da begegnen. Denn der Sumpf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier niemand lebt. Oder hat jemand von den NPCs gesagt, dass hier jemand... Ah, ein Skelett. Hahaha. Mit rosa Plüsch-Pantoffeln und Näschenform. Nein, wir nicht in den Sumpf. Bläulich schimmernde Pilze. Die zuerst. Bläulich schimmernde Pilze mit grünen Sprenkeln? Hm. Das könnten die Geisterpilze für meinen Trank sein. Ah ja, richtig. Der kennt sich ja mit dem Tod aus. Natürlich, da war mein Kurzzeitgedächtnis gerade nicht allzu gut. So, damit haben wir Pilze. Rote Schweißachseln fehlen auch noch. Stück des Taus. Dürfen wir das hier echt einfach so nehmen? Nach den Zylinder. Ich habe da eine Idee für einen Zaubertrick. Aber es ist nur so ein Gedanke. Ich glaube, ich kann eine einzelne Faser herausziehen. Na dann tu das. Wofür ich immer wieder einzelne Faser brauche? Okay. Nein, das machen wir erst am Schluss. Ein alter Hut, der schon bessere Tage erlebt hat. Er glänzt nicht mehr und er hat ein paar Mottenlöcher. Das ist egal. Ein alter Hut. Aber wir erinnern uns, vor der Stadt ist ein weißes Kaninchen. Und irgendwie muss ich gerade daran denken, dass Zauberer ja oft gerne Kaninchen aus dem Hut zaubern. Also, zaubern. Anführungszeichen. Das ist ja nur ein kleiner Trick. Aber vielleicht reicht es ja, Meister Markus, wenn wir das machen. Nicht wahr? Schauen wir erst den Ofen an, dann das Buch und dann das nette Gelände. Dann hier das Buch der Toten. Vielleicht muss man tot sein, um drin lesen zu können. Ein altes Buch. Es ist leer. Oder es ist erhitzen, weil es mit Zaubertinte geschrieben ist. Oder wir können selber was reinschreiben. Probieren wir es nachher aus. Aber für irgendwas müssen wir das Tintenfässchen und die Feder noch verwenden müssen. Aber schauen wir erst mal den an. Oh, ein menschliches Skelett. Vielleicht gehörte die arme Seele zur Besatzung des Schiffs? Er sieht sehr lebendig aus. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Das Skelett sieht ziemlich alt aus und müffelt ein wenig. Aber ansonsten... Beleidigst du ihn? Ich müffel nicht. Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Aber treib nicht. Das wage ich zu bezweifeln. Leider. Wer... Wer sind sie? Ich bin der Tod. Wirklich? Oh, wo ist Binky? Ich möchte Binky sehen. Und es ist schade, dass er nicht in Großbuchstaben spricht. Wow. Oder angenehm. Ich bin Wilbur. Oder müssen sie... Ja, genau. Du müsstest eigentlich in Großbuchstaben sprechen, lieber Tod. Sie sind der Tod? Ich habe immer gedacht, den Tod hört man nur in seinem Kopf. Und müssten sie nicht in Großbuchstaben sprechen? Irgendwie beeindruckender, halt... Tja, was ist der Tod schon in dieser Welt? Gar nichts. Ach, was? Das hier ist ein verfluchtes Point-and-Click-Adventure. Hier stirbt niemand. Psst. In jedem vernünftigen Rollenspiel muss man 100 Ratten töten, nur um die zweite Stufe zu erreichen. Das sind richtige Spiele. Zerstör nicht mein Weltbild. Du meinst, niemand kann sterben? Das ist ja schrecklich. Adventures? Rollenspiele? Wovon redest du überhaupt? Aber vor Jahren habe ich doch meinen Hamster Mucki im Garten. Oh, oh, Mucki. Ich interessiere nicht alles. Wirklich. Ich will eigentlich alles durchgehen. Was nehmen wir zuerst? Mucki oder die Adventures im Rollenspiel? Sprechen wir mal über Mucki. Aber es gibt doch Krieg. Mit vielen Toten. Und ich bin mir sicher, dass mein Hamster Mucki schon vor Jahren gestorben ist. Oder nicht? Natürlich gibt es das alles, aber du siehst niemanden sterben. Und du kannst hier niemanden töten. Mucki war schon immer tot. Genau wie die meisten Stadtbewohner und das Schwein, das für deinen Frühstücksschinken gesorgt hat. Sie wurden tot erschaffen, verstehst du? Das sind die Stellen, die ich in Romanen immer überblättere. Warum ist es hier dunkel und in der Stadt hell? In der Zauberstuhle steht ein Geisterspiegel. Kennen Sie den? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sie sind doch der Tod. Können Sie nicht einfach losgehen und jemanden ins Jenseits befördern? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich bin gespannt, was er antwortet auf die Frage. Ist der Tod nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem? Was versuchst du da? Intellektuell zu sein? Immerhin ist es eine der zentralen Fragen des Lebens. Warum auch immer. Mich hat nie interessiert, was nach mir kommt. Ich blicke nur voraus. Solltest du auch. Geisterspiegel. Leute los. Aber wer ist die Dritte? Aber Sie sind doch der Tod. Wer sollte Sie daran hindern, irgendwelche Leute umzubringen? So einfach ist das nicht. Ich bin mittleres Management. Ich treffe keine Entscheidungen, ich führe nur aus. Das heißt? Wann jemandem die Stunde geschlagen hat, lege nicht ich fest, sondern der Chef. In dem Buch dort, dem Buch der Toten, ist alles aufgeschrieben. Name und Todeszeitpunkt eines jeden Lebewesens in dieser Welt. Aber wie du leicht sehen kannst, steht da gar nichts. Kein Mord, kein Unfall, kein Suizid. Hier ist noch nie jemand gestorben und hier wird auch nie jemand sterben. Was soll ich also hier? Macht Sinn, ja. Wenn alle schon tot erschaffen werden, die tot sein sollen, dann muss natürlich niemand mehr direkt sterben. Auf den Geisterspiegel sprechen wir Ihnen als Letztes an. Können Sie nicht einfach ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben? Wenn Sie ein paar Namen ins Buch der Toten schreiben würden, dann könnten Sie die Leute doch umbringen, oder? Und mir ärger, mit den Buchprüfern einhandeln lieber nicht. Es gibt Buchprüfer für das Buch der Toten? Was tun die? Die prüfen das Soll und Haben. Habe ich exakt so viele Leute getötet, wie ich töten soll? Ein winziger Toter zu viel und hier ist die Hölle los. Nee, nee. Ich lasse meine Finger von dem Buch der Toten. Und warum ist es hier dunkel in der Stadt hell? Mir ist aufgefallen, dass es hier im Sumpf Nacht ist. Und in der Stadt ist es Tag. Wie kommt das? Keine Ahnung. Vermutlich Magie. Ah. Alles, was wir nicht verstehen. So, jetzt aber der Geisterspiegel. Mal gucken, ob er ihn kennt. Vermutlich. Ich nimm's mal stark an. Kennen Sie den Geisterspiegel, der in der Zaubererschule steht? Sicher. Hat früher dem alten Baltazar gehört. Meister Markus sagt, er führt in das Reich der Toten. Jupp, tut er. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Gibt es... Gibt es... gar keine andere Möglichkeit? Warum sollte es? Es ist ein Geisterspiegel. Kein Lebender hätte Interesse daran, durch den Spiegel zu gehen. Glaub mir. Ich muss sterben. Oder vielmehr, ich muss zu einem Geist werden. Und ich nehme an, dass wir einfach ganz sneaky unsere Namen in das Buch schreiben werden. Könnten Sie mich zu einem Geist machen? Geister sind Tote, die in dieser Welt noch etwas zu erledigen haben. Du lebst noch. Und in diesem Spiel kann niemand sterben. Verstehst du die Problematik? Ja. Aber sagen wir erst mal Nein? Einfach nur, damit es uns nochmal erklärt. So ganz klar ist mir das noch immer nicht. Solange dein Name nicht im Buch der Toten steht, kann ich dich nicht ins Jenseits befördern. Auch nicht, wenn ich ganz nett darum bitte? Bitte, bitte, bitte. Hier geht es um das Alpha und das Omega. Die Ewigkeit. Also, nicht? Nein. Na gut, ich muss weiter. Ich muss weiter. Tod langweilig hier. Oh Mann. Der war schlecht. Und mit diesem schlechten Witz, würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pause, um uns von so viel schlechtem Mord zu erholen. Und nächstes Mal probieren wir dann, ob wir selber unseren Buch in unser Death Note, ich meine, das Buch der Toten, schreiben können. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.